Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego und Jenna Jones, die legendären Abenteuer. Ja, das letzte Mal hatte ich einen besonderen Gast bei mir, nämlich den Logan. Aber der ist heute in diesem Part nicht da, tut mir leid. Aber dafür gehen wir... ...erst mal... ...zu die Öffnung der Arche. Viel Spaß dabei! Ja... Wir waren in Geburge, die Stadt der Gefahrenen, Brunnen der Seelen, die Art der Arche... ...und jetzt die Öffnung der Arche. Oh mein Gott, Schiff, das Indy! Oh, kann der weit springen! Hey, ich will dich retten! Guck mal, du musst dich jetzt noch befreien! Lenk ihn ab! Okay, aber was? Ähm... Ich muss ganz schnell aus dem Logan gehen! Bitte helfen Sie mir mal! Oh! Komm mit der Brandpanne gehauen! Oh, geht's dir gut? Natürlich geht's dir gut! Aber... Wir holen uns erstmal! Erfänger zu Münzen! Wir werden natürlich von niemandem erkannt! Also, klopfen wir mal an! Wir haben nämlich die Verkleidung! Bitte lassen Sie uns rein! Na klar! Wieso denn nicht? Ja! Dann gehen wir mal rein! Wow! Der ganze Raum nur für... Das Buch! Artefakt von Partisten! Kleiner Seele! Und ein Boot! Aber egal! Was soll's! Wir bauen das Boot zusammen! Ja! Dann... Fahren wir mal! Ist das mit Diesel oder Benzin? Hm... Ich weiß es nicht! Wir fahren mal... So ran! Das ist ziemlich schwer hier... ...zu parken! So, jetzt! Unser erstes Artefakt! Yes! Das sieht ein bisschen lustig aus... ...wie Indy... ...da... ...da drin sitzt! Aber egal! So! Noch mal ein paar Sachen kaputt! Die richtige... ...böse Wichte das tun! Na ja! Das würden nicht mehr böse Wichte tun! Na ja! Das würden nicht mehr böse Wichte tun! Hat ihr gesehen? Ich bin getauft! Niemand sieht mich! Das ist schon lustig, wie die Musik so leise... ...den Titelsong macht! Achtung! Und das zweite Minikit! Und das zweite Minikit! Ja! Also! Ich bin... ...Officer Jones bestimmt! Wer soll ich sonst sein? Ja! Und das ist Marion... ...nachtend! In der Jones-Armee-Verkleidung! Egal! Wir... ...machen die ganzen Pisten kaputt... ...und verdienen dabei noch ein paar... ...Münzensteine... ...Geld! Egal! Egal! Nennt es wie ihr wollt! Aber die Währung... ...meine ich halt! Ja... Was mach ich denn mit dieser Kiste? Einfach nur hier drauf stellen oder was? Oh nein! Sie haben was gemacht! Weil ich ja etwas draufgestellt hab! Bin ich jetzt... ...ein böser Mann! Ich meine... ...ein lieber Mann! Weil ich halt mich ja... ...als Armee... ...Armeeassistent oder... ...verkleidet... Wow! Was... 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 ...leicht mit dem da hinten schiehen! Und auch links gleich... Links gleich... Links gleich! Ich weiss ja nicht ob... Ich weiss doch.. Ob ihr das sehen könnt... ...aber... ...das ist ziemlich komisch! Egal! Aber es ist ganz normal! So laufen die Leute auf die Tage rum! Das Wasser können die mir nicht antun! Oder doch? Oh nein! Jetzt kommen sie! Einen nach dem nächsten Erledigen Prost Ich bekomme eine Waffe Aber es bleibt schnell Ja, super Ich glaube, es ist los Ich kann nicht tauchen So, haben wir alles? Ja Auf zum Schiff Was auch immer es tut Wir werden bereit sein Aber was mache ich denn da? So Hier noch ein paar München Und Der blaue Stein gehört uns Ja Dann gehen wir mal rüber Und erforschen die Gegend Erstmal die Flisten kaputt machen Ja, viel besser Ich habe ein Maschinengewehr Aber erst mal Wir sind ein bisschen in die Tun, was er immer tut Mit seinen Lasterschwingen und so Ja, was macht denn Marion da die ganze Zeit? Wenn ich hier die Arbeit mache Denkt sich Sie sich bestimmt Oh ja, ich mache mir jetzt einen schönen Tag Und wir baden oder was? Nee, nee, nee Nee, nee Oh, ich bin so nicht Aber man muss jedem auch was gönnen, oder? Dann geht es los Nur kleine Charaktere können In ein Krabbel Habe ich glaube ich verstanden Wow Verstehst du denn immer noch nicht? Wenn Indie wegen dir Runtergang ist Kriegst du auch den ERK Das sieht ja majestätisch aus Oh Was machst du denn? Das ist doch echt Der allerstausteste Mann der Welt Ja, immer mehr Sachen kaputt machen Das ist immer richtig bei Lego-Spielen Wir könnten das gleich Zu wahre Abenteuer schaffen Nee, nicht wahre Aber nur Abenteurer Wo habe ich diesen wahren gehört? Ist das aus dem zweiten Spiel? Ich weiß es nicht So, mal sehen ob Marion es besser macht Das heißt, Indiana Jones Ja, besser ja Aber ist gut Die Frage Wer muss da hoch? Indie oder Marion? Am Ende gehe ich dann mit Indie hoch Und auch Marion Und das wieder umgedreht Gehe mit Marion hoch Und brauche Indie Da ist doch ein Gitter Hey, da ist doch ein Gitter Drei booking muss ich drüber ich bin ja auch der schlaueste hier und da habe ich das nicht schon gedrückt jetzt bleib ich mal hier aber wo läufst du denn hin Marion einige Puzzles können nur vollendet werden indem man Dreieck trifft naja ich glaube nicht dass das immer ein Puzzle löst aber so jetzt habe ich es richtig gemacht so meine Leiter für Marion habe ich es gemacht ich glaube es war gerade egal ob man mit Marion oder mit Indiana Jones da lang geht also dieses Puzzle löst ja ja wir haben es fast geschafft ja ich drücke hier du drückst da eingehen ähm ich bin von der Halsarmee was geht Leutchen jetzt sogar am Fahrrad so macht man das ich habe sie in einem Hinterhalt gelockt so macht man das auch wirklich ja und so macht man Lampen kaputt man springt und schießt nicht zielt sondern man springt und schießt wie sollte es auch sonst gehen aber egal das ist nur ein Lego Spiel das ab 6 ist ich meine ich glaube selbst 6jährige würden das nicht verstehen also manches vielleicht würden sie manches verstehen aber nicht alles so arbeitest du für mich Marion oder machen Team sie fasst das als ob du für mich gearbeitet hast aber ich denke dann nochmal Team wir haben es geschafft und jetzt machen wir Wasserschlag Team ist nicht laut oder? aber egal hört schon so da wir jetzt alles haben oh nein wir haben nicht alles wir haben ein Gitter vergessen warte so das hätten wir uns nie verzeihen können wenn wir dieses Gitter vergessen hätten einfach nicht das wäre sowas von egal gewesen egal jetzt gehen wir noch nicht von hier weg denn wir wollen ein München und davon jede Menge ja und Marion die gönnt sich das und wir gönnen es ihr auch wenn es jetzt nicht die Zeit dazu ist ok Marion ich tauche kommt sie jetzt mit? mit der muss man ja überall mit der muss man ja überall bis die etwas mit uns macht ja ja soll ich jetzt sagen das sind Frauen oder soll ich sagen so ist Marion ich sag einmal so ist Marion bisschen so typisch Marion ja hier ist ein Zaun ok ich habe ja alles ich nehme die Sache an haben die Sache oh nein wir haben alle gesessen wir haben einen Maxi hier mehr so mit ein paar Kombos erlegt man andere Leute und noch mehr ihr werdet uns nicht auf die Strecke bringen denn wir werden euch auf die Strecke bringen und wir machen eure Sachen auch noch kaputt wie gefällt euch das? ja das gefällt euch so gar nicht deswegen mach ich schön weiter ja wir zählen die Schauke denn hier ist was im Ausgraben und ich hätte echt Lust machen oder brauchte extra jemanden den ich erst mit freiem Spiel spielen kann das wäre echt lästig ich meine das wäre nicht so schlimm aber das wäre jetzt nicht so das was ich jetzt mir so gewünscht habe oder hätte ja so cheatet man ein bisschen aber gar nicht es ist ja schon es ist ja schon Cheating Blut dass die Frauen höher springen können als Männer oder irgendjemand anderes also keine Ahnung ich meine es gibt ja noch kleine Jungen also die in diese kleinen Jungen passen dann ähm gibt es ja noch ähm ich weiß gar nicht gibt es kleinere Mädchen das weiß ich jetzt selber nicht ähm also es gibt es gibt kleine Charaktere wie naja im Short Round aber ob es davon Mädchen gibt das weiß ich nicht es gibt Frauen, Männer und Jungen aber ob es kleine Mädchen gibt das weiß ich jetzt nicht egal ein Fass läuft rum wie mysteriös wer könnte das nur sein ich bin hier egal tu deinen Job Indy und sieh an der Keitsche dann bauen wir mal ein Klettergerüst auf damit wir da hochkommen warte mal wie kommt die Frau da rüber wie kommt die Frau da rüber warte mal warte mal wie kommt die Frau da rüber also ich muss auf jeden Fall da hoch oder geht die Frau hoch indem sie hier ist und dann so hier hoch geht warte wie bin ich da hoch gekommen ach so ja ok dann ist das so ich dachte wir lassen die Frau hier alleine das hätte mir endlich echt leid getan das hätte mir endlich echt leid getan ah oder so ja mein Fehler seit ich habe jetzt gerade gescheatet naja nachher ist man immer schlauer Achtung Vandalismus Verzichten ja nur uns wir müssen die Augen schließen also niemand beleidigt den Officer da ist da ist ist da jetzt ist Marion auch aus ja schon 86.000 geht das nicht ein bisschen zu schnell ah egal lieber mehr Geld als kein Geld so sieht es aus das ist so Marion zieht sehr gut äh spring wen haben wir denn da unsere Kollegen die Pferde was geht denn bei euch so wo ich sehe laufen die auf vier Beine und manchmal auch auf zwei weil ihr Angst vor Spinnen Ameisen oder sonst was habt habe ich recht oder hier braucht man auch wieder eine Schaufel muss man das alles mit keinem Spiel machen ich finde das regt irgendwie an wenn das nicht da ist also diese Grabstelle und denk mal ich würde jetzt echt gerne da ausgraben aber naja das Spiel lässt uns dazu und hier sind auch keine Münzen egal so da ist jemand hinter dem Motorrad wir müssen wieder hintergehen was gibt's ich hab dich ausgenauft was ist das was ist das ach egal es ist nur eine Billigpistole sowas können wir nicht gebrauchen sowas können wir nicht gebrauchen also jetzt eigentlich dazu wie ihr den Schraubenschlüssel braucht aber erstmal klopfen wir hier an ich hätte gern Kaffee haben sie das und noch bisschen Zucker wir haben die Steck ja klar warten sie kurz ist da drin der Kaffee hallo anscheinend dann gehen wir mal rein ja was haben wir denn hier ist das der Raum von ähm von der Halsarmee na ich weiß es grad nicht aber ich weiß was wir jetzt machen können wir machen erstmal hier nur Chaos und zerstören alles so ist ja unser Motto so ist ja unser Motto wir zerstören hier einfach alles aber was haben sie Geburtstagsbogen hat hier echt jemand Geburtstag und wenn ja wer hat Geburtstag dann blaue München die lasse ich mir noch nicht in den ach schade das war es schon ich habe den Kuchen noch gemacht und einen Minikit bekommen super das ist jetzt das dritte also ansonsten ist hier nichts meine Minikit reicht aus wirklich denn ja ich dachte hier ist sowas wie eine Disco Party oder so dass sowas wie ein Secret Row Raum ist keine Ahnung wir haben ein Minikit und das reicht uns doch oder na wir zerstören die Pflanzen wir sind gegen wir sind gegen umwelt schutz wir brauchen alles nehmen oder pflanzen wir es mal aus das weiß ich jetzt grad selber nicht wie kommen wir da hoch ach so ja ja ich weiß nicht ja wir sind so oder so hier hoch erstmal und danach wollen wir uns das andere also das Auto und das andere was wir alles wollen wir gehen hier ganz vorsichtig hier vorbei da muss ja mit uns ja nichts passieren ja und ich dachte 86.000 wäre viel jetzt habe ich 104 1.240 ne aber jetzt ehrlich mal wie komme ich da hoch wie das mit den Pferden vielleicht einige Tiere werfen dich hoch in die Luft wenn du absprichst ja das ist das Pferd und los vielen vielen Dank möchtest du Mörchen ich habe aber leider keins oh das Schloss verriegelt wir können es nur öffnen suchen uns den Schlüssel oder nehmen wir lieber hin Schraubenschlüssel und reparieren dann mit das Auto so ja so reparieren einfach draufhauen wie soll es sonst gehen ich meine manche würden Schrauben abmontieren und anmontieren warte hast du noch gepflanzt die wir kaputt machen aber manche würden so sorgfältig sein mit Schraubendreher Schraubenschlüssel so ganz vielen Sachen aber draufhauen uns die beste Variante so jetzt kommen auch da hoch wie der Kameraschränk uns auch mitteilen möchte ja also wir machen erstmal das Muster von da oben und dann das damit wir das andere Artefakt kriegen also dann erstmal das hier das stehe ich jetzt einfach mal hier hin dann brauche ich mir noch hier eins und dann muss noch einer mit hochkommen die die auch steiger auch okay mehr und somit haben das oder ich dann nein 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 ich krieg dich da wieder hoch Marion komm hoch nein ich will das ja jetzt jetzt kriegen wir das Artefakt und Münzen und dann holen wir uns die Panzer raus und gehen hier raus ja das vierte Artefakt und da ist noch eine Pflanze und ein Gitter die können die nur da stehen so ist einer von uns schlau genug und hat sowas für Hyroglyphen nein natürlich nicht so ist einer von uns schlau genug also gehen wir wieder zurück tschüssi Pferdchen ups und holen uns die Panzer raus und holen uns die Panzer raus tschüssi Pferdchen tschüssi Pferdchen tschüssi Pferdchen tschüssi Pferdchen